Hallo, ihr seht mich heute an einem Fluss stehen, denn hinter mir werden sie schon zu Wasser gelassen. Ich werde heute rudern gehen. Die Bamberger Rudergesellschaft hat mich heute eingeladen. Das sind erfolgreiche Ruder, bayerische Meister, deutsche Meister, alles war hier schon mal dabei. Und ich gehe mit Alexander Schock heute mal zu Wasser. Und mit dem sprechen wir jetzt erstmal drüber, was Rudern überhaupt so ist. Komm, komm mit. So, wir sind jetzt hier mit den beiden Trainern, der Lena und dem Alex. Und ich hätte gesagt, vielleicht einer von euch beiden, erklärt mal ganz kurz, wie rudert man? Wie rudert man? Man rudert, ja, mit dem Blick nach hinten. Das ist der große Unterschied gegenüber den ganzen anderen Sportarten. Jeder Läufer schaut dorthin, wo er hinläuft. Und wir als Ruderer, wir hocken falsch rum im Boot. Ich glaube, das ist der größte Unterschied zu den ganzen anderen Sportarten. Auch zu den Paddlern, die schauen auch nach vorne. Wir schauen dorthin, wo wir gerade herkommen. Haben wir eigentlich nie das Ziel so richtig vor den Augen. Die, die hier rudern, die kennen den Fluss mehr oder weniger in- und auswendig. Die wissen genau, wo sie sind. Und dementsprechend wissen sie auch, wo sie hinsteuern müssen. Man schaut sich natürlich um, ob irgendwo einer mal auf der falschen Seite fährt. Aber ansonsten ist das Rudern, ja, wir bewegen uns auf dem Fluss wie im Straßenverkehr. Wir müssen auf der rechten Seite rudern. Und damit ist eigentlich soweit alles geregelt, dass da nichts passieren kann. Und im Rennen, da geht es nur die kürzeste Strecke vom Start zum Ziel. Und das ist halt der gerade Weg. Und man sieht ja, wo man hinten, wo seine Welle im Wasser läuft. Auf großen Regaten hat man links und rechts Bojen. Ähnlich wie die Schwimmer es halt auch haben in ihrem Schwimmbecken. So haben wir es dann beim Rudern auch. Man muss ja dann schauen, dass man irgendwo zwischen den Bojen dann gerade ins Ziel einfährt, ja. Also es gibt Breitensportboote und Rennboote. Die Breitensportboote sind halt eher für so Anfänger oder welche, die nicht so ambitioniert sind, irgendwie so schwitzenlässig zu rüdern. Und dann gibt es noch Rennboote, die sind halt im Rennsport. Also man unterscheidet auch noch Riemen und Skullen. Beim Riemen hat man entweder den Backbordskull, äh, Riemen oder den Stäubordriemen. Das heißt, man riefert nur mit einem. Und beim Skullen hat man halt zwei Skulls in beiden Händen. Was mache ich? Wir tun halt Skulls, ja. Einfacher? Ja. Ja, vor allem in Zweier kann das im Kreiswerk hergehen. Das heißt, wenn ich ein bisschen mehr ziehe, als du, dann geht es hier in die Gürtel. Dann drehen wir hier uns vor dem Heimbad im Kreis und das ist dann nicht so lustig. Okay, dann hätte ich gesagt, wir gehen jetzt mal ins Wasser und holen uns... Auf dem Wasser, nicht ins Wasser. Besser ist es, ja. Wir gehen mal aufs Wasser und holen uns dafür ein Boot. Sagt man Boot? Ja. Also ein Ausdruck war richtig. Wir holen uns ein Prieger. Und wohin? Und wir gehen einfach mal aufs Steck runter. Gut. Nimmst du als Steuer und an den Rücken liegen? Die sind aus Holz? Die sind jetzt noch aus Holz, ja. Leicht sind sie deswegen, weil sie innen hohl sind. Also, die sind aus mehreren Schichten verleimt. Und hat man heute eigentlich gar nicht mehr. Also, das ist heute alles Carbon. Alles Carbon. Das Kommando geht, das kann ich jetzt mal nicht. Ich will es jetzt, wenn es keiner ein Kommando gibt und es läuft einfach von sich allein. Es geht immer so lang, dass es nicht irgendwo anders ist. Soll ich es mal aufmachen? Äh, wäre nett. Wir fangen an so mit Händen, also Arme und Beine gestreckt. Und die Ruder jetzt dann so flach aufs Wasser erstmal. Wir lassen die auch so schleifen. Wir müssen die also nicht wegnehmen vom Wasser. Dann rollen wir mit gestreckten Armen vor. Und wenn wir vorne sind, drehen wir das Blatt senkrecht, tauchen ein. Und dann geht es wieder zurück. Erst die Beine durchdrücken, dann die Arme strecken. Und hinten müssen wir wieder aus dem Wasser raus. Das heißt, die Hände nach unten drücken, das Blatt schlafen, nach vorne. Das heißt, wenn du deine Arme jetzt gestreckt hast, rollst du mit deinem Arsch noch nach vorne. Ja. Ganz nach vorne. Ja. Genau, streckst deine Arme weit raus. Und dann drehst du deine Skulls wieder auf ins Wasser. Okay. Und dann rückwärts quasi erst die Beine strecken und dann die Arme. Genau. Und nicht so weit nach hinten. Aus dem Boot rudern macht echt Spaß. Zum einen, weil man sich wirklich sportlich betätigt. Auch mit geringer Schlagzahl bin ich ordentlich ins Schwitzen gekommen. Wenn man sich mal im Rudern versuchen will, kann sich einfach hier melden. Hier gibt es Anfängerkurse, hier gibt es Kinderkurse, hier gibt es Ferienkurse, alles. Und ich kann es nur empfehlen. Rudern macht echt Spaß.